Marquardt Bedachungen aus Thostedt bei Hamburg ist ein junger dynamischer Dachdeckerbetrieb. Das Team um Geschäftsführer Markus Marquardt erweitert sein Wissen ständig durch Seminare und Lehrgänge und kann Ihnen somit erstklassige Arbeiten in allen Bereichen des Dachdecker- und Klempnerhandwerks bieten. Immer auf dem neuesten Stand der Technik. Das Leistungsspektrum des Meister- und Ausbildungsbetriebes umfasst neben der Eindeckung und Abdichtung von Flach- und Steildächern auch Fassadenarbeiten, Bauklempnerei und energetische Sanierungen. Wir legen größten Wert auf individuelle Beratung und setzen höchste Ansprüche an unsere Arbeit. Gerne beraten wir auch Sie. Rufen Sie uns an.